Es ist ja gerade noch die Zeit, liebe Zuschauer, in der man sich den Wandschmuck fürs kommende Jahr aussucht. Und da könnte dieser Kalender hier ein ganz guter Tipp sein. Er zeigt Bilder aus den unterschiedlichsten Ecken der Metropolregion Rhein-Neckar. Sonnenuntergänge, Architektur, touristische Ziele. Ich klappe ihn gerade mal auf, dann bekommen Sie so einen kleinen Eindruck, wie diese Bilder gemacht sind. Alles Panoramabilder. Ja, und fotografiert hat diese Bilder Nicole Simon, die ihre Bilder ja schon häufiger auf Objekte hier in der Region gerichtet hat. Und sie zeigt nun hier wieder einen bunten Querschnitt dessen, was unsere Region eigentlich ausmacht. Erst vor kurzem wurde dieser Kalender auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Und jetzt kommt er brandneu in den Handel. Die Bestelldaten für diesen Kalender haben wir im Internet hinterlegt, liebe Zuschauer, auf www.rnf.de in der Rubrik Tipps aus unseren Sendungen. Dort finden Sie alle Daten, die Ihr Buchhändler braucht, um den Kalender zu bestellen.